Vielleicht ist dir das Besitzaufzeichnergerät neben dem CuffBot aufgefallen. Wenn du Besitzaufzeichnen benutzt, erscheint es, sobald du die Aufnahme-Beenden-Schaltfläche drückst. Wähle es mit X aus und zeig den Animationspfad an. Mit dem Besitzaufzeichnergerät kannst du auch Animationen bearbeiten und anpassen. Halte L1 gedrückt und drücke X über dem Besitzaufzeichner zum Heranfahren und Bearbeiten. Wie beim Aufnahmegerät kannst du die Animationen neu aufzeichnen, indem du die Schaltfläche im Kontextmenü auswählst. Um die Bearbeitung zu beenden, wähle Aufnahme beenden im Kontextmenü. Oder halte L1 gedrückt und drücke die Kreistaste, um schnell herauszufahren. Du kannst den Besitzaufzeichner auch mit L1 und der Quadrat-Taste anpassen. Er besitzt genau die gleichen Optionen wie das Aufnahmegerät. Experimentiere mit dem Aufzeichner und den Anpassungsoptionen. Denk dran, mehr Infos zu Anpassungseinstellungen siehst du, indem du ein paar Sekunden darüber fährst. Schließe das Anpassungsmenü, indem du darüber L1 und die Kreistaste drückst. Ist die Bearbeitung fertig, wechsle in den Spielmodus, um die fertige Szene auszuprobieren. Dann kann Conny auf die letzte Plattform und mit Cuthbert durch die Tür gehen, um das Tutorial abzuschließen. ってig abzuschließen.